In manchen Fällen muss bei Myomen der Gebärmutter eine operative Therapie durchgeführt werden. Hier unterscheiden wir grundsätzlich die Patientinnen, die den Erhalt der Gebärmutter wünschen oder die an ungewollter Kinderlosigkeit leiden. Bei diesen Patienten werden die Myome gezielt aus der Gebärmutterwand ausgeschält. Dies geschieht im Rahmen einer minimalinvasiven Operation. Durch das Eröffnen der Gebärmutterwand kann man nur das Myom entfernen und dann die Gebärmutterwand per Naht wieder rekonstruieren. Dies bedeutet bei Patientinnen mit ungewollter Kinderlosigkeit, dass diese ein Jahr lang warten müssen, um den Wunsch nach Schwangerschaft umzusetzen. Je nach Lage, Anzahl und Größe der Myome kann es sein, dass man eine totale Gebärmutterentfernung empfehlen muss oder, und das betrifft den größten Teil der Patientin, eine Teilentfernung der Gebärmutter machen kann. Auch diese Eingriffe werden in der Regel minimalinvasiv durchgeführt. Welche Behandlung für Sie in Frage kommt, klären wir mit Ihnen im Rahmen unserer Myomsprechstunde. Behandlung für Sie in Frage,